So, Mahlzeit ihr Schlingel. Hier wieder Knochen. Mit Kaiser Franz. Hast schon hallo gesagt? Hast du noch ein Ladebildschirm? Ja. Ich fahre heute die Kongo Schlachtschiff Rang 5 bei den Japanern. Ein Dienstgestellte 1913. Vier Zwillingstürme A356mm, also ziemlich große Geschosse, die ich abfeuern kann. 21,2 Kilometer Reichweite maximal. Ist schon alles fertig modifiziert. Ich habe eine ziemlich gute Flak. Ich glaube, ich habe, weiß ich nicht, 14, 14, 16 verschiedene große Flakkafetten hier auf dem Schiff. Und ich fahre maximal 30 Knoten. Ja, manchmal möchte ich auch ein bisschen koten beim Spiel, aber... So, also 30 Knoten maximal. Wo gehe ich hin? Wo fahre ich hin? Du fährst wohl nach rechts, ich nehme mich mal an. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so schlau, wie es ist. Ach, ich habe. Ja, wir können mal gucken. Gehen wir auf das Schlachtschiff, ne? Ich werde den Kreuzer doch mal probieren. Boah, das ist bumsauendlich. Ist natürlich blöde, ich habe 30 Sekunden Nachladezeit. Das ist so ganz schön lange. Das ist viel zu schnell. Gehst du um Golgut, oder was? Ja, will ich. Das ist aber noch zwei. Oh, das ist nicht alle. Na herzend, du bist ja lang vier, stimmt ja. Jetzt dreht der auch noch, mein Gott. Oh, mein Gott. Da ist ein Windelchen. krase vorbeigeschraumt hier ja ich treff noch nix hier ne wer versenkt den los glücke wunsche ja die ja die hier ja muss ich ein kreuzer die so nahe die so weit entfernt sind ne lohnt sich kaum da muss man schon ziemlich genau abschätzen können der insel von mir hier auf jeden fall ist der also bei japaner finde ich bisher der der als das beste schlachtschiff und viel viel schneller das war der letzte mohikaner oder was m und das ist oh scheiße ich glaube ich muss noch ein bisschen geschwindigkeit hier zulegen ich doch noch zwei zieltreffer ja ich habe mich gerade gewundert wo kommen die her m und war noch wohl deine okay ich werde die mal geschossen hier nach dem tod ja wir männer durch die wegen diese beschossen ich mit so geschossen das heißt der streichen zwei pfeil das wird zwei pfeile ich weiß nicht was für die pfeile du meinst ja über dich wer dein namen darf werden zwei pfeilern und nur ach so weil ich erledigen kann man nur und das er glaube ich habe es ja noch kein Treffer gemacht nix wo gut können ich bin oh Gott werde ich überschossen wie ein Ring die Fass auch ja so jetzt haben sie mich richtig auf den Kieker, glaubt man nicht, ey ja, wenn's wenn das mal alles wär oh, ich bin richtig sauer na, ich hab richtig Bock drauf, mir in die Fresse zu holen hier war auch nicht so clever, hier langzufahren, aber jetzt ist es zu spät jetzt muss ich hier durch, komm, du frisst noch ein paar irgendwie kommt keiner ich hab nur, glaub ich, mit den Leuten verscherzt hier okay, der Brand ist gleich gelöscht, aber ich werd jetzt einfach hier durchkämpfen, das ist jetzt scheißegal was mir jetzt auf die Latte hier ist ich krieg hier so ins Maul, das ist schon heftig, ja, kann man schon sagen ich versenke ich den ja noch jetzt ich glaub, der weiß die ganze hatte, so, nächste Runde so, dann probier mal noch ne Runde ne ja Kaiser und B und C, wo gehen wir hin? B oder C? oder A ich bin ja noch nicht drin oder A ja trotzdem B oder C D D D D D D D C D 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 Oh, weil es schwarz. Alter. Echt. Bewegt dich doch bitte. Ich schieße jetzt auf dich. Bewegt dich doch bitte. Ich schieße jetzt auf dich. Bewegt dich doch bitte. Echt. Da guck, wegen dir sind schon Gegner da. Ich verfolge mich jetzt wie ein Stalker. Opfer. Du bist ein Opfer. 18 Kilometer. Ein Stück ein Strang. Na bitte, Gott. Aber fast. Ich schieße in der Suche hier, oder? Ich schieße in der Suche hier, oder? Ja, ich dachte, wir fanden C. Und bei O.C. Was machst du denn alleine? Nee, die Leute killen. Welche Leute? Die ich sehe. Bingo, bingo, bingo. Zum Beispiel. Und die Turb. Und die Turb. Da komm ich nicht tun. Wenn ich dran kommen möchte, dann muss ich dich warmen. Mach das mal, dann schieße ich eine Salbe auf dich. Und so eine richtig schöne. Gut. C ist ja eingenommen. Wenn ich mich auf die Schiffe konzentrieren Joghurt, der dritte, zum Beispiel. Was? Ja, ist so. Wie ist dein Hier? Ah klar. Ja, das stimmt. Kupfer-Kunzerstörer. 2,2,4,4,4,4,5,3,2,1,1,2,1,1,2,1. Komponente und hier die Kinder geschossen Kloppengele und bekommen die Petters und Pomo und was kommt doch denn los und wo ich so ich wollte zu holen ist ja 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 doch die Schöne so lebt mehr es hat niemand gekillt he er ist weg ich schaue nur eine Weile mit ihr wo er sich um nun mal eine Leitung könnte mehr die Brücke natürlich nicht und um ja also so ist das nix m das kommt der einzig der Insel vor Germany das macht sie ich mag es nicht ich bin ich bin der richtige deutschen um so vielleicht hat sich an den Rand schleichen und abdrucken ich wie sagt das sieben Kilometer Reichweite die kann ich dir sogar nennen Prozent ich habe nichts nicht die Torpedos hinter ihm abschießen vor ihm ja du musst gucken ob er sich bewegt oder nicht er kommt aber noch andere dazu das wahrscheinlich vermutet sieht fast so aus als würde der da stehen ich sehe der fährt so ein bisschen ganz langsam der wird aber schneller jetzt gerade er wird uns jetzt gesehen hat sie 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 akkurat so Anna und 9 das wird auch wieder gesehen wird so weit entfernt nirgends 4 Kilometer von mir entfernt so und für das ist meine Reise weiter nirgends dient jetzt ist einer von unseren da die kill mir alles weg gehen das ist torpedus vor unserem kollegen abgeschossen ich habe Pech gehabt dann soll er sich verpissen verstehe er ist muss er so nah dran überhaupt geht doch weg flugzeugträger entdeckt jetzt habe ich mein mein ziel hier ich muss mich jetzt mal dazwischen geben alle flugzeugträger an ja sehr viel schneller alter stirbt doch endlich bist du bismarkey oder was germany ja aber ich werde hier beschossen irgendwie also ich gehe nicht ran auch wenn es verlockend ist aber der ist mir einfach zu weit entfernt das ist ein bisschen wie diese scheiß insel fahren der ist tot nicht durch meine Hände natürlich nicht durch meine Hände was ein roter Team der hat auch nicht mehr alle Tassen im Schrank Jesus ja und guck mal auf da Torpedos Torpedos von wo kommen die denn oh echt jetzt du musst doch gucken von wo die kommen bist du schlau vielleicht habe ich es nicht geschafft zu drehen muss man nicht gleich anmotzen hier mein Gott so wie du mich anmotzt echt ich bin es gibt nur Hinweise ich muss nicht auch nö nein du nicht so ist es für die Erwanderung ganz liebenvolle Hinweise er ja zum 6 mit das so ist aus dem Konzern es sei ein bisschen nicht will nun ich das nicht bin so dem wird auch die Kinder schön Torpedos nennen alle mit Ah, kill doch mein Ziel. Juhu, dummer Wichser. So. So. Glaub mir nicht, dass ich heute noch einen Kill mache hier. Glaub mir nicht, du. Ja, ist das. Scheiße, dabei waren die anderen Runden so schön. Also einige, die ich gefahren bin mit der hier so. Mhm. Das ist einfach auch... Ich würde es trotzdem mal... Irgendwann muss das dieser beknackte Flugzeugträger sein. Und bestimmt. Offensichtlich. Oh, frustrating. Nein. Die Kellen hier alles weg. Ja, so eine Runde gibt es auch. Was willst du machen? Was willst du machen? Das habe ich keine Klicks. Wir kommen hier zu Nix, so. Oh, endlich der Pustelkrieger. Das war ein Gericht. Ich will unbedingt diesen Flugzeugträger, jetzt habe ich ja gesehen, wo er ist, ne? Aber wenn ich ihn noch bekomme, das ist ja die Frage. Du schaffst es. Nee. Nee, heute nicht. Heute ist mein Tag. Ach, so schlecht warst du in Gründchen. Nicht immer, aber dafür immer öfter. Oh, fuck off, ey. Echt jetzt? So eine Scheiße, Mann. Ja, guck mal, ich bin ganz hoch. Frustration, danke fürs Zuschauen. Und dann lass doch ein Abo, oder auch nichts mehr, geht auch egal. Ihr könnt ja abonnieren, wenn ihr wollt. Spaß. Alles wird gut. Alles wird gut. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, mittels.